Wir möchten Ihnen jetzt eine Breitband-Schleifmaschine vorstellen. Bei mir ist Ulrich Hartner von Bütfering. Herr Hartner, man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass Holzteile wie diese sehr schwer zu schleifen sind. Ja, da haben Sie völlig recht. Selbst von Hand wäre es wahrscheinlich an einigen Stellen schwierig, dieses Teil zu bearbeiten. Wir haben unser Magnetdruckbalkensystem kontinuierlich weiterentwickelt. Wir tasten hier an dieser Maschine jetzt mit einem Raster von 12,5 mm sehr feingliedrig ab, sodass wir solche Freiformen und komplexe Teile problemlos schleifen können. Dann möchten wir es jetzt auch sehen, denn Sie haben gesagt, es geht ganz schnell. Das ist richtig. Rein damit. So, Sie können das jetzt vielleicht nicht so richtig sehen, aber ich kann es sehr deutlich fühlen, Herr Hartner. Hier ist noch mehr passiert. Ja, das ist richtig. Also wir haben, neben dem wir das Teil jetzt mit drei Schleifstationen im Kreuzschliff bearbeitet haben, haben wir hier in der Maschine auch noch ein sogenanntes Universalaggregat. Mit dem können wir Werkstücke strukturieren. Das heißt, wir können die natürliche Bohrenintensität noch herausarbeiten und hervorheben in unterschiedlichen Variationen. Dafür lassen sich die Bürsten sehr einfach wechseln, deshalb Universalaggregat. Und wir können sogar noch Bürsten mit Schleifstreifen reinpacken, mit denen wir hier Kanten verrunden oder sogar profilierte Teile bearbeiten. Gibt es diese Maschine eigentlich auch für den handwerklichen Bereich? Die gibt es auch für den handwerklichen Bereich, genauso mit der 12,5 mm Abtastung und auch dem Universalaggregat. Wenn Sie also eine Maschine für die hochwertige Oberflächenbearbeitung suchen, dann hat Bütfering die Lösung für Sie. gerwie. Gerwie.